Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Borderlands. Das ist nur eine Turnaufnahme von jemandem, der atmet. Es ist kein richtiges Atmen. Es macht mich noch vermöser. Was? Was? Das funktioniert nicht! Guck mal. So geht das. Wenn du eine Behandlung brauchst, in der Reich passiert. Juhu! Du bist schon ein lustiger Vogel. Mal gucken. Nee, schieß nicht. Oh gut. Ich bitte dich tippsen! Ich bitte dich tippsen! Waffe von Dahl, federn einen Großteil des Rückstoßes ab, damit sie im Kampfziel sicher bleiben. Okay. Was habe ich im Inventar? Oh, gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich schreit keine großen Abwehr zu stellen, die in jeder Insidion des Überwagens. Will ich natürlich behalten. Auch wenn die viel Geld gibt. Ist wie cool. Und auch sehr selten, oder episch, oder was lila ist, kriegt man halt auch nur von Kroms, glaube ich. Jetzt nachher bis zum Grundstück Will ich auch behalten? Will ich nicht behalten! Won ich dich nicht behalten... Weg! Weg! Weg sound? Wegs! So am I here? Ah, okay. Würde ich doch lieber das nehmen. Okay, habe ich auf jeden Fall 703 irgendwie an Leben, juhu. Lass mich mal gucken. Nehme ich mal an. Äh, würde ich trotzdem hier die lasse ich erstmal außen vor. Ah. So. Das ist nicht richtig! Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Namen hat? Das ist nicht richtig! So. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass ich einiges an Geld habe. Und jetzt lass uns mal einige der nächsten Missionen angehen. Hui! Ich geh mal hier durch und dann gucken wir mal auf meiner lieben Karte. So. Hupala. Mal gucken. Weil das hier die Mehlköpfe hier wie im Laborator ist. Wann ich den den richtigen Weg finde. Der Wind kommt also von hinten. Von dort ungefähr. Ne gar nicht. Der Wind kommt von vorne, von dort. Weil das Ding dahin bläst. Ohohoho. Er hat Blasen gesagt. Ja, ich hab Blasen gesagt. Ah. Kann man wirklich kaputt schießen? Nein. Ist ja auch zu schön gewesen. Ah. Irgendwie. Hol ich mir erstmal ein Auto. Also. Hey. Ich bin jetzt Fabel aus. Wir setzen alle Karte auf. In allen der Dänen fahren. Geil. Hey. Hui! Nein. Ah ja. Das sieht doch gut aus. Da hin. Da hin. Du du du. Scooter lässt dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ja, werde ich bei Gelegenheit mal machen. Entschuldigung. Oh, du bist ja noch gar nicht tot. Entschuldigung. Oh. Und nochmal über die Brücke. Weil ich so gut fahren kann. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe einen fahren gelassen. Oh, oh, oh. Komm, den machen wir nochmal eben fertig. Die Zeit muss sein. Bis dann. Komm, 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 komm. Komm. Schörter war auch… Idiot! Nein Du wißt. Du wißt du, ich bin wirklich an Idiot! Das ist sowohl wirklich ein Idiot. die scheiße an ja sehr schöne scheiße jetzt wird weitergefahren schmales dickieste an ich glaube ich kann auf dieses bisschen geld da getrost verzichten ich habe ja jetzt einiges mal gucken da muss ich jetzt hin ist aber schön dass sie zu mir kommen soll woher sie ihre sachen auch kriegt ich kann ja einen besseren deal machen ach so bei dir geht es natürlich wieder ums geschäft scooter lässt dir ausrichten er hätte eine kleinigkeit die du für ihn erledigen könntest du solltest ihn darauf ansprechen so und die andere ist etwas weiter weg da muss ich dann hier noch runter mach ich gleich nein nein Oh, hey! Ach, Paul. Alter! Hey! Das mal aufpassen, Alter. Mal gucken. Ab Level 28, 270 und ab Level 25, 288. Aber mal, nein, die nicht. Der andere sieht schon vielversprechender aus. Tschüss. Ich schlot nicht mehr rein. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n !!!! Ok.... ...hier wohl weiterfahren? Ja. ...und dann muss ich.... Ehh... ...hier soll immer hoch, ok. Ok... War ich hier wirklich richtig? Ja, hier müsste ich eigentlich hinkommen. Hoffentlich waren sie. Mal gucken. Gleich haben wir's. Sorry. Klar, dass hier auch immer diese Auto-Absperr-Dinger sind, damit man es sich natürlich nicht zu einfach machen kann. Weil es ist ja nicht ohne Grund jetzt ab Level 27 oder so. Nicht, dass ich einfach mit Level 23 oder so mit Auto reinfahre und die Mission schon mache. Darum geht's eigentlich, glaube ich. Okay. Aber du bist ja Gott sei Dank fast tot. Ja, warte. Jetzt war's nicht mehr Dank. Aber nicht mehr. Der wird nicht mehr. Sondern um neue Stärken zu bekommen. Äh. Sondern um mehr Leben zu bekommen. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Sehr schön. Okay. Und jetzt suchen wir das Ding jetzt, wo alle tot sind. Aha, hier hinter also. Das könnte ich auch schon abgeben. Mal gucken, ob noch eine Mission hier ist. Ah, das ist auch gleich hier, wenn wir es mal dort hin. Dann mache ich das nochmal. Ah, okay. Das sieht aber schön aus. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Tschüss. Da steht ja noch unser tolles Gefährt. Und einsteigern. Bitte. Sorry. Sorry. Ich würde dich nicht überfahren. Kann ich da mit Autohin? Ne. Na ja, egal. Dann erkunden wir mal Old Haven. Da war ich ja noch nicht. Also können wir das auch mal erkunden. Warum sind hier denn alle tot? Wow, das war jetzt so schwer. Ich hätte hier komplett mit Autohin fahren können. Und einfach noch reingehen müssen. Und das andere, wo ich wirklich gegen Level 29 Gegner gekämpft habe. Das war ab Level 27. So, kann man ja mal machen. Was ist das alles hier? Ah ja. Mal gucken. Mal gucken. Sieht so aus, als ob ich hier gleich angewürfen werde. Ja. Ja. Alter. Das erklärt auch meine Frage. Und, greifen wir uns gleich an? Ja. Das machen sie. Ah, das ist eine andere Gegner. Das erklärt auch warum die hier alle tot sind. Das gleiche. Das ist eine andere Gegend. Das ist eine andere Gegend. Ich habe dir das. Nein! Kack! Na, das wird nicht Aber das, ja, das verstehe ich jetzt wieder, warum das auf Level 28 ist Das kann ich dann nachvollziehen Mal gucken, da muss ich hin, vielleicht kann ich die ja ein bisschen umgehen Geld Geld, alles Geld, nehme ich mit Hier gehen wir jetzt einmal rum, ok? Ja, das ist ja Ja, das ist ja Blut! Blut! Ich merke schon, 24 von 24 brauchen Verkaufautomaten Ne, was wollte ich denn gerade machen? Tötet, statt sie zu bezahlen. Ein Geschäftsgebarm, das sich kaum auszahlen wird Oh ja, jetzt hätten wir wieder eins, was ich machen wollte Und dann hätte das eine Ding auch wieder reingepasst, na ja egal Jetzt bin ich da Wir haben die besten Preise für Waffen und Ausrüstung Oh mein Kopf Ne, das behalte ich noch So, jetzt habe ich wieder Platz Und jetzt habe ich wieder Platz Ich gehe ja schon zurück Hier richtig, ja Hier richtig, ja Ah ja Ich merke schon Irgendwo hier Ja Ich merke schon Aber wo Ja Ja Danke Schön, dass sie mich gerade nicht angreifen, das ist sehr schön Aber wenn ihr in den Alarmbereich schaut Alter Ja Na, schön Ja Irgendwo hier muss das doch sein Irgendwo hier muss das doch sein Was auch immer ich suche Vielleicht jetzt Dächer schon Ich glaube, ich soll hier die Gebiete hier freiräumen von denen Ich glaube, das ist das doch so Wahrscheinlich Alter! Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich kann es nicht mehr aufhören. Oh yes! Klammer! ja kannal hata fetter Lass uns bloß bleiben. Was auch immer du versuchst. Nachladen. Alter. Komm, gleich. Alter. 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 Oh Gott. Ist das bei hier das? Ah ja. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Perfekt. Scheiße. Alter. Ich muss mal kurz nach meiner Mission noch mal gucken, aber das ist glaube ich tatsächlich. Da bin ich gerade. Rauchsignale löschen. Lösche die vier Rauchsignale. Nold, Helfen und Kerr. Anschließend zu Helena Pierce zurück. Wohnbezirk 05 1. Kann die... Kanalbezirk, Schrotplatz, Dächer. Ein Rauchsignal. Also doch irgendwas löschen. Was hier ist... Was ist denn hier ein Rauchsignal? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Töten! 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 So. Hier sind Waffen, ab Level 28 drinne und ab Level 22 ne Waffe. Ach da ist ein Rauchsignal. Auf dieses Dach da. Wie komm ich da nur jetzt hin? Das ist die nächste Frage. Also ich glaube zumindest. Das sieht für mich jetzt aus wie so ein Rauchsignal. Ich weiß nicht wie das für dich jetzt so aussieht, aber für mich sieht das aus wie ein Rauchsignal. Wie kann ich da jetzt so rüberspringen? Ach, Notfallfall, auch ne, Alter. Blut! 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 Helfer! Hey! Hau ich hier nicht hier doch auf wie ein... ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, Decker umsuchen! Da! Level up. So. Sind das hier die Rauch-Signale? Ich hoffe das. So, mal gucken. Warte. Alter. 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 Mal gucken. Alter. 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 Alter! mal gucken in 24 24 verkaufen wir nicht schlecht mal gucken die oberhand gewinnen Legt dir schnell eine bessere Waffe zu! Wobei? So? Gucken! Ups! Falsch! 74! Nein! Jetzt halt nur noch 58! Das kann auch wer falsch verkauft, außer sein verkauft! So, gucken! Was haben wir hier denn? Ein Maschinengewehr, das 100... Nee... 100... Warte... Dieses Maschinengewehr... Hier mit... Vergleichen! In allen Werten besser! Gehen wir mal hier ran! Kannst du's dir reißen! Okay! Schick! 12 Schuss, aber stärker! Ich lauf jetzt einfach mal da hin! Nein! Nein! Ich will doch hier auch nicht! Nein! 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 ב�ыв Anlieb sinon! Nein! Der war hin. Der war in der seiner Dinger. Der war in seiner Dinger. Der war in seiner Dinger. Der war in seiner Dinger. Ich kann mich nicht mehr rausnehmen. Hilfe! ja irgendwo auf dem klettern wäre nicht schlecht denn vielleicht kann ich von dort aus dann auch sehen wo ich noch hin muss ja okay Oh wow. Ich beblut's ihn! Ich auch. Das ist jetzt mit Sicherheit der Kanal. Niemand in der DDR fährt aber nur auf Schrottplatz. Bezirk. Ist das da hinten der Schrottplatz? Das sieht man eigentlich schon von beiden. Und da qualmt das. Das könnte das sein. Und ich kletter jetzt erstmal hier rauf. Um zu gucken. Wo es ist. Ah da. Ich seh's von hier aus. Kann ich von hier aus auch bestimmt hinspringen. Ne. Aber weiter komme ich dann hier. Aber in der Richtung. Hier ist es. Hier ist es. Alter. Ah. 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 Kacke 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 kacke. Kacke. Also ich weiß wo es ist. Ungefähr. Aber ja. Ich weiß genau wo es ist. Aber ich weiß nicht wie ich da schon komme. Reinkomme. Ah. Oah. Da ist ja auch noch hängen geblieben. Ich bin der Fall. Was ist der Typ? Schärfe Gib mal Das war knapp Guck, wie ich da hinkomme. Hier lang. Kann ich nicht tragen. Ist dann aber auch egal, wieviel Geld bringt das. 2.000 Gruppen. Nee, das ist Geld auf das ich getrost verzichten kann. Tschüssi. 3.000 Gruppen. 3.000 Gruppen. 4.000 Gruppen. verdammt bin ich gut jetzt haue ich erstmal ab mache das mit den Fischen und dann habe ich drei Missionen zum Abgeben und könnte dann auch fast Level 28 sein und danach denke ich natürlich werden wir, bevor wir das machen, den Partybennen aber danach denke ich, können wir auch die Level 29 Missionen machen ach, die mit den Fischen was ist jetzt los? ok damit beenden wir den Part hier, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Borderlands Ciao Ciao